Hallo zusammen, hier ist wieder Heuchiller und heute bin ich wieder für euch in Battle for Astros unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg immer hart am Wind. Und für diesen müssen wir Himmelskäpt'n Krack im Freihafen auf dem Schwierigkeitsgrad mythisch bezwingen, nachdem ihr Käpt'n Glubschauge beschworen und bezwungen habt. Und Käpt'n Glubschauge beschwören wir dadurch, dass wir hier ein Hearthstone-Spielbrett aufstellen und dann den Boss pullen. Und ihr seht, ich habe das Spielbrett aufgestellt, dann den Boss gepullt und wir haben hier so einen zusätzlichen Mob, der quasi hier im Kampf eingreift und das ist dieser Käpt'n Glubschauge. Und das ist so ein, ja, Dämonenauge mit dem Hut auf, warum auch immer. Und das ist eigentlich schon alles. Wir müssen uns jetzt noch umhauen und danach den Boss töten. Mehr ist es im Endeffekt nicht. Wo kriegt ihr dieses Hearthstone-Spielbrett her, dass ich es noch rausbringe? Das ist ein Vendor-Toy und zwar bekommt ihr das von Benjamin Brode aus der Garnision, aus der Alli-Garnision weiß ich sicher, dass ihr es bekommt. Und zwar ist es ein Händler und das kostet 1000 Gold. Das muss aber auch nur einer aus dem Schlagzug, hätte ich jetzt fast gesagt, aus der Fünf-Mann-Gruppe haben. Und dann, ja, könnt ihr auch schon das Achievement machen. Also ihr müsst es selber theoretisch nicht haben, aber das kann sich jeder für 1000 Gold kaufen. Also ist jetzt keine krasse Voraussetzung dran gebunden. Ja, gut, das war es eigentlich auch schon mit dem kleinen Achievement-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich so ein bisschen weiterhelfen. Sollte das der Fall sein, würde es mich freuen, wenn ihr mich positiv bewertet. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, könnt ihr mich natürlich selbstverständlich gerne abonnieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.